ahoi liebe campingfreunde zu einem doch sehr anderen video als sonst wie ihr seht ich bin alleine das hat einfach den einfachen grund stefan genießt den urlaub im gegensatz zu mir der jetzt nicht einfach mal zehn minuten aus dem urlaub heraus kristallisiert und einfach mal auf ein paar kommentare antwortet die in dem video von marcus gefallen sind das seht ihr zwar sofort und zwar nach dem intro ihr seht es sieht hier wüst aus im camper das liegt einfach daran wir haben uns es wirklich gemütlich gemacht auf den stellplatz am außerersee sind mit dem in urlaub und da kam jetzt das video motorschargen gefahr für alle von marcus von fan4van raus ein video was wir auf der cmt also sprich im januar mal besprochen haben und ihr wisst wir sind stark eingebunden in der berufswelt marcus genauso viel dementsprechend hat das sehr lange gedauert bis es endlich geklappt hat und auf der k beim caravan salon haben wir einfach die chance genutzt und das wird die sehr spontan gedreht das video weil wir einfach hoffen dass niemand weiteres diese probleme hat die wir mit diesem fahrzeug hatten knapp 40.000 aufrufe in zwei tagen das ist das ergebnis und viele viele kommentare weit über 200 kommentare gibt es auf diesem video und da waren kommentare dabei da möchte ich einfach mal drauf reagieren und wer sich im internet befindet muss damit leben dass er auch dann zitiert wird also ist alles öffentlich das heißt wir werden hier keinen namen jetzt oder ich werde keinen namen verstecken es ist nachzulesen unter dem video was da alles für teilweise kommentare geschrieben sind aufregen möchte ich mich da natürlich nicht am anfang denn das ist das was uns dieses video auch animiert hat mit posters heftig danke für die tipps und deshalb bleibt ihr offen dass das uns nie passiert genau das ist nämlich wir hoffen nie dass euch sowas was passiert oder die danke für diesen super wichtigen beitrag das wird definitiv meine tankstellenwahl und treibstoffwahl verändern das muss jeder selbst wissen ob er die treibstoffwahl ändern möchte wir haben es getan weil wir kein biodiesel haben möchten wir haben leider nicht so viele hoja tankstellen um ecke wo wirklich b null existiert und ein kommentar hat das geschrieben dass er seit januar den shell gtl diesel tanks das ist ja rein synthetischer diesel ja aber extra nach dänemark drüber zu fahren das lohnt sich nicht wenn wir da oben schleswig holstein wohnen würden wäre das auch eine alternative auf jeden fall weg von diesem biodiesel scheiß weil das ist das was uns wirklich immer wieder probleme machen kann es gibt es natürlich die additive und wie gesagt wir werden auch nicht gesponsert also es wurde drunter geschrieben werbevideo definitiv kein werbevideo weil weder markus noch wir haben davon irgendetwas also wir verdienen daran minimal klar mit youtube verdient man geld man verdient auch wenn man diese liquid molly über die affinite links da verdient man auch was aber ganz ehrlich bei 32.000 euro bei 20.000 ohne wir machen den geringsten wert 10.000 euro schaden ist das ein tropfen auf den heißen stein und da sind wir froh wenn man darüber ein bisschen ausgleichen kann dauerbrenner auch in diesem video ist immer wieder die aussage 32.000 euro das ist totaler schwachsinn was erzählen die da das ist bullshit hier wieder einer ein austauschmotor kostet laut fiat seite bis 4.800 euro plus arbeitslohn für den austauschen entsorgung der alten maximal 10.000 euro das mag vielleicht möglich sein aber so wie wir den schaden hatten und auch da die info das wird ein einzelfall sein stefan hat ihm in dem video von markus ja gesagt es sind so 30 fälle in 15 jahren rein auf fiat ebene passiert wenn man das hochrechnet dann sind das keine zwei fälle pro jahr da sind kann man wirklich von einzelfällen sprechen was fiat angeht von von den gutachtern die aus dem raum hannover braunschweig sind die haben halt auch mit anderen fahrzeugen probleme und welche fahrzeuge betroffen sind es die alten fahrzeuge weil ich das auch sehr oft lese die von 2008 oder 2007 von 1996 nein die werden davon nicht betroffen sein weil die diese feinen einspritzdüsen sich haben das heißt die rotzen den scheiß einfach durch ja die neuen hochgezischelten motoren und injektoren und was das nicht alles ist ihr wisst ich habe von technik keine ahnung und deshalb rede ich auch einfach frei weil auch das wird uns ja immer wieder angedichtet oder stefan was da so teilweise drin steht wo man sagt ja der hat dann keine ahnung von weil er vielleicht das eine oder andere teil wir sind keine kfz-mechaniker wir sind keine mechatroniker wir sind leihen und leben das und deshalb sage ich noch öfters einfach rein dass ich einfach sagen kann ich nehme die begriffe die ich kenne und und die auch eigentlich dafür bekannt sind und wenn ich das eine oder andere mal vielleicht falsch sage ja dann passiert das halt ein dank gilt an denen die drunter kommentieren die einfach es auch verstanden haben wie der berner zum beispiel der darauf reagiert hat es handelt sich um den rumpfmotor einspritzdüsen einspritzpumpe die gehen jetzt gleich auch mal in dieselbe höhe der tank muss ausgewaschen werden alle leitungen durchgespürt jede menge arbeitsleistung und 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 ja jetzt richtig quasi ein wirtschaftlicher totalschan wenn wir den fiat anschauen war es ein wirtschaftlicher totalschan ähm und deshalb kommt man auf 32.000 euro wie gesagt wir haben 20.000 euro bezahlt weil wir nicht alles machen lassen aber trotzdem einen guten motor und wir haben halt nicht nur ein äh austausch motor sondern eigentlich haben wir einen nagelneuen motor bekommen also nicht nur eigentlich sondern wir haben einen nagelneuen motor bekommen und der soll ja auch halten und da sind wir auch ganz froh drüber und ja 20.000 ist ein riesen pappen stil und man hätte es vielleicht tausend mal billiger haben können hätte hätte fahrradkette und dann ist jetzt ein kommentar der mich wirklich da hätte ich am liebsten reingeulft in den in das bildschirm wo ich das gelesen habe und das ist hier dieses also mal ehrlich was ist denn das für ein schwachsinn ein austauschmotor gibt es ab 6.000 euro da reicht ein kurzer blick ins internet ja toll wenn du für 6.000 euro austauschmotor hast und was ist mit dem rest was auch gemacht werden muss vielleicht mal ein bisschen weiter nachdenken ja und dann mit dieser schwachsinn story gehen die beiden schon seit fast einem jahr hausieren ganz ehrlich erstens gehen wir nicht seit einem jahr damit hausieren denn der fall ist erst tatsächlich im januar jetzt sind wir klein nicht neun monate aber hausieren wir hätten uns gerne was anderes überlegt wir hätten gerne diesen schaden nicht gehabt und shit happens dann wäre halt irgendwelchen anderen leuten das passiert nein so war es nicht wir haben diesen fehler gehabt wir haben mit den werkstätten gesprochen wir mit den gutachtern gesprochen da ist halt viel schief gelaufen und nochmal ja ich behaupte ich bin wir sind ein starker einzelfall der aber auftreten kann wenn es nach stefan geht sind viel mehr fälle wie gesagt er hat sich auch da noch mehr reingelesen aber für mich ist das einfach so ja wir sind einzelfall und ich wünsche mir für euch alle dass wir ein einzelfall einfach bleiben und ihr diese probleme nicht habt andererseits wenn ich mir natürlich beiträge durchlese die da drunter stehen ist jetzt muss ich kurz gucken das gleiche ist meinem sohn auch gerade passiert auch in deutschland getan es ist also nicht so ein einzelfall und das war das was wir einfach machen wollten ich hatte markus angesprochen auf der cmt weil ich wusste dass er diese winter überwinter überwinterungs videos macht und da war das thema dieselpest die thema woher auch ich wusste davon nichts markus wusste alle die auf der cmt viele wussten davon nicht an euch leute die davon wussten die das machen daumen nach oben weil ihr habt alles richtig bis jetzt gemacht aber viele wussten es nicht und deshalb haben wir einfach gesagt es ist uns wichtig aufzuklären ja jetzt hat das neun monate gedauert ich habe es erklärt wir sind berufstätig markus ist berufstätig und es hat einfach nicht sollen sein dass es vorher geklappt hat jetzt haben wir es gemacht und ich finde markus hat sich echt eine coole arbeit gemacht viel arbeit mit diesem video und wir sind froh dass er damit auch noch mal was publik machen konnte es geht einfach darum unsere fahrzeuge zu schützen die sind alle noch anfälliger als vorher wie gesagt es hat ja auch untergeschrieben bei den autodoktoren gibt es ja auch ein video dazu also das ist nicht ein thema was von jetzt auf gleich kommt und es geht auch nicht um panikmache auf keinen fall sondern einfach nur um aufklärung und all die die uns aber hinterher sah das ist panikmache die wollen doch damit nur geld machen das ist hysterie bla 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 also viel stuss was man auch lesen musste was mich wirklich aufgeregt hat da sage ich ganz einfach ihr müsst es nicht tun aber beschwert euch bitte nicht dann großartig bei versicherungen bei fahrzeugherstellern bei sonst wen bei tankstellen wenn ihr diesen fehler habt man kann ihn beheben die eu müsste viel mehr machen auch die hersteller müssten viel mehr machen ja alles d'accord aber aktuell ist es so wir müssen mit der situation leben die wir halt in europa und in deutschland haben und deshalb sage ich noch mal wenn du diesen fehler hast und meint ist uns schlecht machen zu müssen bei marcus schlecht zu kommentieren bei uns schlecht zu kommentieren einfach alles sagen das ist bullshit ich wünsche dir dass du es nie hast und wenn es doch hast dann wundere dich bitte nicht wenn ich irgendwann mit einem t-shirt umherlaufe ich habe es dir ja gesagt ein kommentar der noch relativ frisch ist der genauso von naja unnettigkeiten betrifft ist der den ihr jetzt gerade seht ne und zwar ich gehe nach dieser horror story davon aus dass das tollste problem auf dem fahrersitz saß also es wird so suggeriert da sind wir doch selber dran schuld weil wir nicht die warnsignale gemacht haben ja jetzt ist die frage hat er die anderen videos gesehen wenn nicht kann das nicht ahnen aber vielleicht hätte das denken können dass man vielleicht nicht so doof ist gerade wenn man es im internet stellt wir haben davon berichtet die warnleuchte ging an wir haben den adac gerufen weil wir sind nicht direkt an der werkstatt gewesen das auto ging in die werkstatt die werkstatt sagte noch wir können fahren und so weiter und so fort wir haben also so gut wie das auto nicht viel mehr bewegt als sein muss außer meistens in die werkstatt dann uns zu sagen dass der problem auf dem fahrersitz saß wenn da keine leuchten kommen wenn der motor normal lief das war das komische das haben uns auch die ganzen werkstätten sagt das ist unnormal was mit diesem fahrzeug passiert wir sind die unnormal seid froh wenn wir die unnormalen seid und ihr seid es nicht aber so ist es normal wir können es nicht ändern wenn wir es ändern könnten wenn wir die zeit zurückdrehen und sagen mal 20.000 euro sparen und wir hätten sie bete kreiert dann hättet ihr viel andere videos als das was ich euch gerade bringe was mich aber wirklich absolut gefreut hat und das sind die die ich euch jetzt sagen muss danke für den bericht alle mal ein like für die aufklärung daumen hoch dann auch hatte ich vorher nicht daran gedacht danke für die info ich bin entsetzt danke für die info genau für euch haben marcus und wir das video gemacht wir wollen es auch nicht bereichern marcus will sich daran nicht bereichern das werden wir auch nie tun weil dann müssen wir das vollzeit machen es war uns ein anliegen vor solchen problemen zu wahren wie gesagt ob 8.000 ob 10.000 ob 20 ob 32.000 wie hat marcus in allem schreibt selbst die 6000 euro das wären viel zu viel geld wie viel urlaub kann man machen was kann man alles mit diesem geld machen weitaus mehr als so ein scheißsaum also es lag nicht auf unserem wunschzettel zu sagen jetzt wollen wir mal einen richtig großen motorschaden haben und dass die dieselpest gegebenenfalls von fiat davor geschoben ist das ist auch außer frage davon kann man auch ausgehen aber wie gesagt man kann auch klagen viel spaß damit zwei jahre ohne fahrzeug auch das ist keine alternative wir haben das alles in unseren videos gesagt für uns ist das jetzt auch gewesen das thema dieselpest kriegt einen haken dran es war uns ein anliegen mit marcus zusammen dieses video zu machen damit einfach alle nochmal aufgefürft sind wie gesagt michael von travel with me hat ja auch einen bericht darüber gemacht es war uns ein anliegen das in die breite zu drängen dass man einfach sagen muss bitte schützt eure fahrzeuge die sind halt jetzt anfälliger alle die alte schlurren fahren die vom krieg sind ihr könnt weiterhin den billigsten diesel tanken ihr könnt das alles machen ihr werdet keine probleme haben wahrscheinlich also mindestens nicht mit dieser dieselpest die sind außen vor aber die die neuen fahrzeuge haben die viel viel geld kosten da muss man halt jetzt einfach noch was schützen viele haben es schon kapiert die nutzen diese mittel die von vornherein das gute den guten benzin und egal ob aral shell oder sonst wo das ist völlig egal guter diesel der halt ein bisschen mehr kostet weil da halt andere sachen drin sind und halt die additive nutzen das schont euer motor so jetzt habe ich mich genug aufgeregt ich gehe jetzt wieder an meinem platz nach draußen werde jetzt in den urlaubsmodus wieder verschwinden das heißt demnächst gibt es auch wieder ein vernünftiges urlaubsvideo hier auf unserem kanal und solange bedanke ich mich an allen die die tipps angenommen haben und alle die diese tipps nicht brauchen oder wollen dann hoffe ich für euch wie gesagt nur dass ihr niemals diese probleme habt in diesem sinne bleibt gesund bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns vielleicht schon bald wieder bei einem neuen video auf unserem kanal kreuzweit gerne tschau tschau